Na ihr Gruseligen? Willkommen zu Bedwurz! Okay, ja, lass uns erstmal Eisen holen. Ja, mhm, mhm, Eisen, Eisen, Eisen. Sauber. Das ist das erste Bedwurz-Video auf dem PC, richtig geil. Oh, da sind drei Eisen, geil. Und dann erstmal, erstmal einen schönen Schwert kaufen. Ein Dreierschwert, wenn schlecht. So. Ich guck... Ah, ne, doch nicht. Lass mal erstmal ein bisschen Kohle, äh, hier Bronze holen. Sack von Kohle. Äh, ja. Das wird cool, ja. Ey, der macht ja voll Beat. Voll geil. Und jetzt machen wir jetzt meine, äh, Reutschbezüge. Naja. Das war so eine saubere Rüstung in Rot. Ja. Ist nicht schlecht. Und ist auch nicht gut. Achja. Und dann ein paar Blöcke. Oh Gott. Okay. Erstmal die Blöcke anziehen. Blöcke sei schon. Na, die Rüstung. Ah. Ah. Ich mit mein Deutsch. Ja. Okay. Das ist erstmal diese... Kohle. Äh, ich sag schon Kohle. Was ist mit mir los heute? Ah, egal. Und dann erstmal, ja, Bronze holen. Ja, ich spreche einfach nach, also. Nicht wundern. Kommt schon eisen. Eisen, eisen, eisen. Ich glaub jetzt mal. Gut. Ja, es ist gut. Äh, dass er ein Gott hatte. Ist, ist gut für uns. Ja, ich bin noch... Ne, zu mal ein PC, ob das. Ich sag mal was Neues. Ah. Man sieht ja schon, dass ich das Bandicam aufnehme. Also nur eine Fehlung. Ich mag Bandicam mehr als Wraps. Besser. Ist einfach nur besser. Ich zieh mir erstmal die Rüstung an. Jawoll. So. Wir könnten uns doch ein Level Up versparen bei... der Spritzhacke. Zum Beispiel eine Steinspritzhacke. Und der hat mich schon wieder bietet. Das ist ja krass heute bei ihm. Ah. Eine Steinspritzhacke ist sau. Ja, mit deinem Gott kann man gar nicht anfangen. Also Eisen. Ich hab mir da. Na, heute bin ich ja nicht so der Dolle. Aber was ist denn hier los? Komm ich gleich da durch. Oh, ich hab mir das auch eine Idee. Ja, macht's alle so sauber. Ich dachte, das wär einer von dem Blau. Ach, egal. Dann lass uns halt mal angreifen. Hoff ich sterbe mir nicht. Schnell. Ja, hört nicht den Staubsauger hinter uns. Oh Gott, ich weiß gar nicht saugt. Ist ja nicht so schlau. Okay. Oh Gott, das ist ein blauer. Sind sogar zwei. Hey du blauer Panda. Oder soll ich sagen Apple Cake. Cooler Name eigentlich. Ich mach den Namen. Das ist lustig. Okay, lassen sie ihn hinterherjagen. Jetzt wird's. Creepy. Ja. Creepy time. Hehehe. Und jetzt. Oh nein. Oh mein Gott. Nein. Nein. Gott. Ich bin fast gestorben. Das hat er schon. Oh nein. Er hat nen Bogen. das sind sie nicht so leckt. Ich bin ein bisschen gelegt. Ich wundere. Einfach nur coole Farbe. Jawoll, glaube ich. Und... Ja, danke. Gut. Bisschen Kohle. Ja, kein Ding. Für'n King. Ja. Ich mache gerne Budapest-Videos jetzt nur mehr. Weil ich die ganze Zeit ausprobiert habe. Naja, ausprobiert halt wirklich. Die ganze Zeit. Ich hab' nen Skin, der ist cool. Das ist so'n Creepy-Skin. So'n grudeliger Skin. Soll'n nicht so'n Creeper sein mehr. Langweilig. Und dieses sogar Gold. Oh, er ist... Ernsthaft. Ernsthaft. Er hat mir zwei... Gold wecken. Das ist nicht nett. Du bist echt böse. Frozen. Sorry. Warte mal. Ich mach' mal ganz kurz. Ich bin gleich wieder da. Okay. Wir machen uns nen Eisenschwirt. Ne... Ne richtig starke Rüstung. Und wir brauchen noch ein Eis. Dann können wir uns eine... Eigentlich eine Spitzhacke machen. Oh, da ist sogar mehr als... Mehr als... Leck... Leck... Oh Gott, das ist schrecklich. Mh... Spitzhacke... Blöcke... Unfällig. Also, wenn die Camping.com kommt... Das ist einfach nur... Schleichwärmung eben. Mh... Mh... Okay. Lass uns ein bisschen... Essen machen. Ähm... Ja. Wie soll ich bitteschön? Ich mach' noch mehr. Das ist besser. Äh... Was denn los? Ich komm' nicht mehr raus. Ich komm' nicht mehr raus. Ähm... Fuck. Hau. Piep. Was denn da los? Warte. Scheiben. Kleister, das ist ein Fail. Oh Gott. Wir sehen uns gleich... Wieder... Wieder sind wir da. Wir hatten ne gleich große Überrechung. Wir hatten ne... Meine Tastatur hat ein bisschen geklemmt. Okay, da bleibt ne neue. Ach egal. Ich muss ja gar nicht mehr. Machen nicht mehr. Ich muss ja nicht mehr. Ich muss ja nicht mehr. Ich muss ja nicht mehr. ein Mikrofon halten. Ich hoffe ich auch ein Mikrofon hab. Deswegen ist die Qualität ein bisschen schlechter. Lass uns mal ein bisschen angreifen. Jetzt mal. Hey roter. Ich mag die roten Ameisen. Alone, Lipoppa. Ich hab' ja ein Altpapier. Das ist die lustigste Namen, die ich je gehört hab. Irgendwie. Altpapier. Muss ich ein bisschen schmunzeln. Hm. Hehehe. Altpapier. Die find ich ja gute Namen ein. Ein Gold. Ja, selber. Ein Gold. Oh, da ist ein blauer. Ein blauer. Ich bin draußen. Ich bin dauernd. Ich weiß, ich hab's kapiert. So ist es bei Pitboss. Ah man. Ich bin wieder draußen. Jetzt muss ich alles mal vorne machen. Das klingt so schlimm. So. Ein paar Blöcke. Das ist eine ganz coole Map. Die ist die neueste Map von Combat Server. Ja, das heißt Kingdom. Richtig geile Map. Richtig epische Map. Und jetzt können wir ja mal hier mal ein bisschen suchen. Ja, wir wissen ja schon wo's Gott ist, aber egal. Oh nein. Oh nein. Du Klaus immer mal unser Keut. Das ist sowas von nervig. Richtig nervig. Okay. Ah. Heißt schon auf wen, dass ich rot bin? Ja, eigentlich schon. Okay. Ja. Gut, ein Gold. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Wir haben ja schon alles, was wir brauchen, fast. Oh, einer hat nicht so ne gute Verbindung. Einer hat so ne Schleichverbindung. Ich muss mal ne Brustbanzer machen. Ist okay. Ist einfach nur okay. Nur noch ne Spitzhacke. Ohne Spitzhacke gehe ich nirgendswo los. Oh, die Blätter wurde abgebaut. Ist ja episch. Geil. Was ist da los? Gott. Okay, dann haben wir noch was. So. Ich will keine Spitzhacke. So. Eine Spitzhacke. Und man die tauschen. Und wegwerfen. Dass mal der andere was bekommt. Dass mal was essen. Und jetzt können wir den Krieg ziehen. Ja. Den Bedwurst in den Himmel. Den Himmelkrieg. Das ist schlimm. Aber ich darf nicht. einfach nur mein Lieblingsspiel. Ich hab sogar auf eine plästischen Röschende mitgebracht. Einer. Einmal acht. Zweimal acht. Aber zwei macht geht ja nicht. Da muss man zweimal vier machen. Da muss man zweimal vier machen. Da muss. Ach Gott. Oh mein Gott. Und ein Gold. Einmal rumlaufen. Ein. Ein. Kopfschon-Gord. Oh zum Glück. Das sind PPVs online. Gut. Aber ja. Ist ja nur mein Freund. Ich baue Freunde. Ja. Frau Schon-Max hat ja so lange. gewartet. Bis er richtig viel Gold hat. Und das war seine Nutzung. War nicht ganz schlau. Hm. Noch ein Gold bitte. Ein Gold. Da kann ich mir einen Bogen machen. Super sauber. Oh. Und da kommt er. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Gott. Ich heule wie ein Hund. Ich heule wie ein Hund. Ich heule wie ein Hund. Gott. Wie hat er überlebt. Das ist unmöglich. Und ich falle sogar runter. Das ist so schrecklich. Das ist so laut. Ich hab keine Ahnung. Nachbarn nimmt. Ach geil. Ach. Vergiss es. Es ist der erste Video. Dann mach ich noch meine Audioqualität. Weil das gerade unpassend ist. Ich mach jetzt mal richtig einen Bogen. Richtig sauberen Bogen. So. Komm schon. Gott. Sorry. Das ist mir sehr aufregend. Wie das ist. Die Porngale. Kann man mir gar nicht vorstellen. Ne. Es ist schon Sonnastag. Äh. Es ist Mittwoch. Ich hab eingestellt. Dass man sich das Datum nicht sehen kann. Und jetzt als Aufgabe. So. Einbogen. Das sauber. So müssen wir noch die restlichen. von. Von Typ Blau. Von. Das ist ein Regen. Und ich dachte das wäre Typ Blau. Ein Blau. Das ist ein Sprachvieler. So. Laufhin. 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 Na na na. Also ohne Musik ist das langweilig. Versteh ich. Okay. Dann greifen wir mal an. Mhm. Ein Bogen. Und da ist niemand. Mehr. Er ist gut geflüchtet. Vorhin baller ich eigentlich. Ja. Jetzt ist die Mode. Hab ich nicht gedacht. So. Mein Gott. Ein geheimer voller Weg. Sie wollten sich wohl da rüber bauen. Eine Art. Ich komm jetzt mal in eine dümmste Art der Welt. Rüber. Nach oben. Gerade nach oben. Apple Cake. Ich mag den. Der Name ist einfach nur cool. Den killen den. Herz. Gut. Okay. Ich lese eigentlich keine. Ich lese eigentlich keine. Ich lese eigentlich keine. Ja. Kommentare gerade. Aber. Oh mein Gott. Ich hab dich mal getroffen. Ich Dully. Ich bin ein Dully. Einfach nur ein Dully. Das was wir jetzt klicken. Und klick. Okay. 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 Das war das. Okay. Was sehr läuft. Oh Gott. Sounds. Landschaft. Hm. Ja. Aber. Wir haben die Herze zu treffen. Statt haben sie. Statt haben sie. Statt haben sie. Statt haben sie. Delta. Ne. Versprechen. Okay. Der läuft dich rüber und ich mach mein eigenes Ding. noch fünf Leute sind online. Noch fünf Leute sind online. Äh. Fünf Leute sind online. Was? Klar war ich da. Fünf Leute leben noch bei Team Blau. Und wir sind noch vollständig. Ja. Dank. Frozen. Max. Und jetzt greifen wir an. Oh. Da ist er. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gehört. Mach ich damit. Ich hab den Namen gesehen. Ne. Mach euer ein Ding. Und ich mach mal ein Ding. Okay. Okay. Danke. Hallo Mama. Haha. Das war Fail. Aber. Ja. Ich mach ihn ganz kurz nicht. Weil ich ja nur 10 Minuten Aufnahme. Aber mindestens. Mach ich einen kleinen Cut. Das würd ich ja aber nicht merken. Weil der Cut jetzt schon war. Ich bin ja lustig. Nein. Okay. Noch zwei Leute leben. Und jetzt ist der andere tot. Jetzt muss ich auch den anderen suchen. Könnte der böslicher sein. Hm. Gute Frage. Na. Ich lauf mal ein bisschen rum. Was denn hier los. Das ist nicht verdächtig. Nein. Ich glaub sogar mit drei Herzen. Hardcore rum. Ich hab keine Ahnung wo er ist. Ah da ist er ja. Da bist du ja Perry. Jetzt bist du tot. Game over. GG. Ein deutsch GG. Ach. Ich hab den letzten Kill gemacht. Das war geil. Sauber. Das sind 6. Oh man. Na egal. Sei nicht so schlimm. GG einfach. Geile Runde. Und sehr geehrt die erste Ohne. Ich hab euch Bestocks gefallen. Abonniert mich wenn die Kuhl nicht sein. Und die Kuhl nicht sein. Und die Kuhl nicht sein. Denn die Kuhl nicht sein. Ich hab mich gefreut. Was. Okay das. Und groß ist. Was geht das ? Untertitelung des ZDF, 2020